Brauchen wir jetzt was oder nicht? 45 Zuschauer. Wow, cool. Hi, na. Das stimmt uns froh. Das versetzt uns in den Zustand der freudigen Erregung. Ich sag ja, wir müssen erst um 23 Uhr anfangen. Und das Geile ist, die Franz-Zuschauer sind gute Zuschauer. Das sind gute Zuschauer. Das wissen wir nämlich jetzt schon. Die sind gut. Weil der Franz ist auch ein guter. Der Franz ist wirklich ein guter. Willst du jetzt da rein? Ich muss doch hier rein. Ach so, in deine Hütte. Die da draußen ist direkt, oder was? Die muss da in der Nähe sein. Die Hütte, die direkt oben. Die verarschen uns doch. Nein, das ist diese Hütte direkt oben auf dem Eck. Da rechts runter, wo wir ihn das erste Mal gesehen haben. Bis zur Kirche und dort rechts abweichen. Da ist deine Hütte. Der hier, hang er doch mal ab. Nee, nee, wir müssen schon noch da hoch. Ähm. Hier? Ja, das ist ja seine alte Hütte quasi. Aber das ist ja nicht der Röstöpfel. Aber die Hütte, dieses Dings ist da weiter da drüben. Ja, aber, ja. Und so ein bisschen auf der Anhöhe. Rennflo, Narben zusammen. Narben. Moin. Na, wie geht es euch? Rennflo. Schön. Haben wir schon wieder vier von den Dinger? Ach, guck mal. Jetzt sehen wir, wie viel K.P. die noch haben. Ah. Nicht, das ist das Gute, genau. Aber K.P. haben wir vorher auch gesehen. Ja, ja, die wirken nur nicht als Zahl, ja. Ob das jetzt so ein Plus ist? Das ist ein Plus. Ich sehe das. Oh, hier. Ja, ja. Grillwild. Und Chilis. Oh, brennt unser Stock? Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Steck den Stock weg. Oh, nein. Jetzt rechts halten. Das wollte ich aber wirklich nicht. Also, ich wollte den auch die Chilis pflücken. This grass is on fire. 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 Ja, ja. Chilis. Tududududu. Tudududu. Ist hier frisch? Guck mal, das ist ja ein bisschen aufregend jetzt mit dem. Hier rechts ist ja nichts. Ich glaube, ich glaube, die meinten nicht hier rein. Ich glaube, das war schon hier draußen. Ich glaube, wir sehen Mammut schon wieder verlaufen. Immer geradeaus. Weil er ja rechts halten gesagt hat. Aber das war, ich weiß, wo das ist. Ich weiß es. Ich weiß, wo das ist. Nicht ins Schneegebiet. Oh, der Drache ist wieder da. Shenlong. Da oben ist das doch. Da ist seine Hütte. Ich sehe sie schon. Aha. Ich würde da wirklich gerne auf den Drachen reiten. Weißt du noch, wo wir hier waren? Kennst du dich? Das war schön. Das war aufregend. Wie jungfreudig wir waren noch. Ja, ja. Wir haben ja jetzt noch keine Ahnung. Nee. Moin, wer zu Hause ist. Ich dachte, hier ist ein Winterbams, den ich mir mal kurz leihe. Bams. Ah, da, da. Die war vorher nicht, war die. Winterbams. Digidi, ich danke dir für diese Information. Danke. Okay, haben wir gerade bestimmt ein paar Dollars gespart. Chilli. Und jetzt? Können wir den Winterbams vielleicht noch aufwerten? Oder? Kriegt der da noch? Boah, Alter, das wäre jetzt richtig stressig. Okay, dann nicht. Dann lass uns weiterspielen. Dankeschön. Danke. Glühwürmchen. Du hast es nicht eingesackt. Haha, sag. Och. Ich will den Drachen reiten jetzt. Ping Long? Weiß, Inga, was man mit dem Drachen... Digga! Mit dem Drachen? Was machen wir jetzt mit ihm? Ich glaube, das ist einfach nur nichts jetzt. Ah. Aber ich glaube, das war nicht klug, was ich getan habe. Ich denke auch. Greift er mich an? Du, wenn wir im Wasser landen, ist vorbei. Nur, dass du es weißt nochmal. Der kommt wieder raus aus dem Wasser gleich, aber ist nicht gut für uns. Der kommt jetzt da wieder hoch. Ich habe nicht das Gefühl, dass es uns das Gutes tut. Ja, sieht doch aus wie ein lieber Drache. Ja, ja. Oder nicht? Weiß, wer was mit dem ist? Ach, abschießen muss man den. Und dann wird er... Ach, das hat schon mal jemand gesagt. Höher. Dann wird er froh oder was? Dann bekommen wir was von ihm. Daneben. Oh. Normal. Oh, nee. Ah. Keine Zeit für euch. Jetzt ist er gleich weg. Schieß. Das ist so weit weg. Quatsch. Natürlich ist das so weit weg. Wir müssen zu dieser scheiß Brücke. Aber der macht dann gleich den Abgang, weißt du doch. Auch wenn es Tageslicht ist, dann haut er glaube ich ab. Das Portal ist noch gar nicht da. Oder? Portal 2. Wir müssen schneller hoch. Und was passiert, wenn wir den abschieben? Er verliert eine Schuppe. Kämpfen tun die nicht. Das wäre gut, wenn er nicht kämpft. Wie viele Spielstunden hast du eigentlich schon? Mal ganz im Ernst. Er weiß einfach alles. Er ist unser Lexikon. Früher hatten wir dafür ja immer unseren Lexikoner. Oh, fuck. Warum haben wir ihn nie Lexikoner genannt? Ja, ne? Das hätte gut gepasst. Gar nicht naheliegend. Moin, Jungs. Absolut gar keine Zeit für euch. Sorry. Ich fliege kurz über euch rüber. Jetzt bin ich wirklich aufgeregt. Markuso hat über 80 Stunden. Krass, über 80 Stunden. Alt-Marcuso. Krass. Diggi, die hat genug Stunden. Ist jetzt das Portal da? Haut er gleich ab? Nee, noch nicht da. Ja, aber mitten in der Nacht. Okay, jetzt gib ihm den Pfeil. Ja, wenn er kommt. Der kommt jetzt gleich. Der muss sich auch über der Brücke verlieren, you know? Quatsch. Ist das Portal da? Er haut so nach oben ab. Der macht es jetzt auf. Schieß doch auf den unteren Teil. Setz mich nicht so unter Druck. Noch mal. Ist zu hoch. Zu weit. Oh, das war knapp. Nein. Oh, nee. Ich dachte, er ist noch länger hier unterwegs. Foto machen. Haben wir schon. Haben wir, glaube ich, wirklich schon. Jetzt ist es alles Portal. Marcel. Warum hast du nicht geschossen, als der noch unten war? Der kommt noch mal wieder. Ich dachte echt, das letzte Mal ist er... Und die letzte Mal ist er auch weg. Nein, er ist ja auch plötzlich weg. Nein, ist er nicht. Oh. Ist ja belastend. Oh je. Oh je. Oh je, oh je, oh je. Oh nein. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Wir haben eh so nervig viel Ausdauerobst jetzt. Das wäre total doof, wenn wir das behalten würden. Lass uns das mal endlich aufbrauchen. Wenn wir saufen, verlieren wir nur ein Herz, hat DGD gesagt. Dann verlieren wir lieber das Herz. Was ist das? Seerosen. Kann ich da drauf vielleicht zufällig? Das wäre es. Zerschießen, dann Fragen. Okay. Ich merke mir das. Kann ich bitte auf euch drauf? Ah, sieht nicht so aus. Ah, shit. Hell in my life. Vielleicht nochmal mit einem kräftigen Stoß. Wie ist das? Soll ich jetzt so ein Ausdauerobst essen oder lieber ein Herz verlieren? Ich kann das nicht so gut. Jemandem beim Ertrinken zugucken und das sogar noch verantworten. Das ist maximal frustrierend. Was mit ihm? Siehst du mich oder nicht? Wollen wir uns jetzt hin teleportieren? Da, wo wir hin müssen? Vielleicht? Er hat 50 Leben. Super. Oh, meine Energie. Achso. So. Reicht. Okay, kurz orientieren. Wir müssen dahin. Teleportieren, nicht orientieren. Ja, aber wohin denn teleportieren? Es ist Viertel vor elf. Ich flieg jetzt. Ich flieg jetzt, okay? Soll ich fliegen? Hier rüber? Wieso teleportierst du dich nicht? Ja, wohin? Wenn wir zu dem Dings wollen, ganz nach oben. Wenn wir dahin wollen, dann müssen wir irgendwo dahin uns teleportieren. Machen wir wirklich jetzt einen Titanen, Alter? Ich halte das nicht für so gute Idee. Ich würde lieber noch ein Schrein machen. Mit noch so einem Herz. Oder einem Ausdauer. Zelda ist echt ein schlechter Schwimmer. Zelda! Was kann dieser grüne Zelda? Oh, guck mal hier, Marcellus Wallace hostet uns. Fällt ihm ja früh ein. Das ist ein richtiges Arschloch. Das ist ein Zelda. Das ist gut, ne? Muss ich auch schmunzeln. Dieser Zelda, aber das kann ja auch nicht schwimmen. Zelda ist echt ein schlechter Schwimmer. Hä? Zelda! Dieser Lachs. Vorsicht, Dornen. Dornen ist. Just saying. Dornen ist mir rutschlos. Und Ex-Alphos. So richtig schön. Andere Richtung. Andere Richtung. Kann man eigentlich von Natur aus ausgehen, dass es andere Richtung ist. Vielleicht parkst du noch mal kurz. Das war hier, wo wir den Zora getroffen haben. Du erinnerst dich? Scheiße. Aber hier bist du kannst so ein bisschen, ist doch irgendwie flach oder nicht. Warst du nicht, irgendwas so ein bisschen seicht? Du schaffst es nie im Leben darüber. Nie im Leben. Au, hör doch mal auf! Ich gebe dir sowas von auf die Fresse. Verlastend! Auf dem Weg sind auch schon Schreine. Sagt Degeli. Ja, aber davon kriegen wir noch keinen Dings. Das ist nervig, wenn er dann da hängt. Du kannst ihn auch mal abschießen. Ich glaube, ich muss meine Anrüstung anziehen. Ehrlich. Das macht mich nicht froh. Ja, wir haben die auch nicht aufgewertet. Die gibt acht. Die gibt ja mehr als die hier. Aua, krampf! Doch, die gibt gleich viel. Also es ist eigentlich egal. Autsch. Guck. Nee, die gibt mehr. Welche? Die. Die hier. Ja, ja. Das Kopftuch können wir wieder aufsetzen. Das würde uns schaden und helfen. Dann setze ich aber das hier auf. Kapuze. Aber dann klettern wir nicht so schnell. Aber wir klettern jetzt hier gerade erst mal nicht. Gleich klettern wir wieder und dann vergisst du es. Nein. Hm. Wir brauchen mehr Herzen. Schlaube ums Kuck zu. Hi. Wir machen gleich Schluss. Keine Pizza mehr bestellen. Keine Pizza bestellen. Danke. Wenn er wenigstens schwimmen könnte, so ein bisschen, ne? Dann würden wir hier jetzt eben rüberschwimmen. Du musst... Vielleicht kommt die Zunge. Die sind richtig garstig, ne? Ich hasse sie. Wenn es wenigstens was Geiles gäbe jetzt, ne? Das bringt uns nichts. Lass uns was auf. Wir können... Du kannst auf die Teile... Hier ist es flach. Dein ist flach. Siehst du? Mach schnell. Wow. Genau. Au. Das ist deren Element hier auch, ne? Wasser? Boah. Boah. Noch so einer. Ähmchen noch. Erst auffüllen, die Dings. Schaffe ich. Boah, Alter. Ich hätte eben ohne Witz... Wäre jetzt ertrunken. Wir müssen schon wieder richtig uns gönnen. Verpisst euch! Oh, wie sie mich aufregen! Alter! Oh, Mann! Massi wütend. Was jetzt hier? Da lang. Dahin müssen wir. Und der ist auch rot noch. X-Alphons. Bastard, ey. Aber das sind alles drei blaue. Bringt uns auch nix. Nee, wenn... Nee, bringt nix. Die chillen da ja nur. Ah, du könntest versuchen, diesen dicken Boxstock dir zu knüppeln. Äh, zu krallen. Der sieht richtig geil aus. Ja, dann bricht er doch um. Ja, aber warte mal. Dann nicht erst auf die Kiste, sondern erst an... Obwohl. Vielleicht auch doch auf die Kiste. Und dann hinlaufen. Mhm. Peng. Oh. Ah. Oh. Oh. Ah. Na, das ist ja... Jetzt auf die Kiste nochmal. Ja, die ist... Mit einem Feuerpfeil oder so. Feuerpfeil. Ja, okay. Das ist mir bestimmt auch eine Kurzwege-Kaste für. Boom. Ah, ja. Oh, nein. Der Stock brennt. Hm. Schade. Das Einzige Interessantes brennt. Ja, dann hauen wir halt ab. Warum verkacken wir jetzt so? Das ist halt so gut angefangen heute, Dirk. Ich geh über die Brücke. Ist mir eigentlich so stressig. Aber dich krieg ich. Komm. Ein Erfolgserlebnis. What does the fuck say? Eww. Das ist so stressig. Bum bah 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 bah. Bum 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 bum. Sind die Leute schon sauer auf uns jetzt? Ich weiß nicht. Ist das schlimm gerade? Ich finde es richtig schlimm. Also, ich glaube, so ein bisschen verzeihen sie uns das, aber mittlerweile sind sie, glaube ich, sauer. Wo habe ich eigentlich unser Pferd gelassen? Wir haben zwei Stück, wir haben Nebelmund und Schlaubi. Schlaub uns hat 147 Stunden zugeguckt. Das ist nicht wenig. Das ist eine Menge. Euer Scheitern ist unsere Unterhaltung. Ist schon okay. Ist da ein Wanderer? Ein Wanderau, ein Wanderwei. Warum steht er da so debil? Der macht doch blau. Wer denn? Hat er gesagt gerade? Ja, hier. Nein! Oh Mann! Also jetzt... Es ist bei jedem Zelda-Spiel, dass aus den großen Bubbles kleine Bubbel kommen. Und hier ist es nicht so. Das kann ich noch nicht auf einmal ändern. So von jetzt auf gleich. Guck mal, da oben. Der macht blau. Kauf doch was. Du suchst nach einem Schild. Der Soldatenschild. Das ist ein zuverlässiger Helfer im Kampf. Und natürlich am Hügel. Wie wäre es mit 100 Kronen? Kannst du da draufklettern auf den Baum? Ist da vielleicht ein... So ein Fliegen. So ein kleiner... Süßer... Krok. Krok. Ja, hier ist irgendwas. Das hatten wir doch schon mal. Das System. Aber wo ist es? Aber da wurde... Da wurde der Pfeilchen gezeigt. Das ist wie kein Pfeil. Ach da. Ach da unten. Aha. Aber wir müssen erst mal nochmal drauf springen. So und los! Oh, sind wir zu langsam? Das wäre auch zu leicht. Hm. Mich scheint, als wären wir zu langsam. Oh, wenn es alles wieder hochlaufen. Stopp. Hör auf. Nicht weiterfliegen. Vielleicht müssen wir eine Spurtechse essen vorher. Oder auf einem Schild runtersfleiden. Ah. Meinst du, das ist noch schneller? Der verkauft ja auch Schilder. Aha. Ich glaube, das ist ein Wink. Das ist ein Wink mit dem Zaunpfahl. Krok. Krok, Messie. Bleiben Sie ruhig. Mach es jetzt, er klappt das Loot. Warte, warte, warte. Erst mal das Schild schnappen. Äh. Äh. Nee. Nee. Ja, nee. 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 Auch nicht. Ach so. Ah, so kann ich den Bogen wechseln. Verstehe. Ja. Das habe ich so ausgefunden. Nur müssen wir aber den Schild wechseln. Und ich möchte nicht auf den Schild bleiben, bitte. Ah, ja, ja. Okay, sehe ich. Bitte nicht auf dem Schild. Danke. Ja, sowas. Reiseschild. Wie war es nochmal? Du hüpfst drauf und dann hüpfst du aufs Schild. Ja, danke. Welche Tasten muss ich drücken? Weiß ich doch nicht. Spring. Du bist link. Ah, nein. Oh, nein. Ich glaube, es war... Heute machst du mich fertig, Marcel. Und jetzt hast du... Moment, Moment, Moment. Ich habe es gleich. Ich habe es gleich. Äh. Bombe. Ähm. Es war... Es war springen. Wie war es nochmal? Könnt ihr nochmal kurz, bitte? Eie. Sag es allen wer. Dicker, nicht die ganzen Pfeile. Wechsel sofort zu den normalen Pfeilen, damit du aus Versehen nur die verschießt. Ach so, warte. So? Warte, ich habe... Wie viele Tasten könnte es denn jetzt noch sein? Warte, warte, warte. Warte. Ah, so, okay. ZL. Okay. Er hat in der Luft ZL gewinnt, wer hat du Aris? Ich habe es doch jetzt. Ich musste doch nur kurz überlegen. Lass mich doch mal überlegen. Das ist... Das ist am Regnen. Dating the Turian, 69, what he said. Ja, Legit, die hat es auch gerade gesagt. ZL. Spring ZL. Jawohl, geile Meile. He was a skater boy. She said, see you later, boy. He wasn't good enough for her. Wuhu! Krok. Das war ganz schön angenehm. Ja, ey! Krok's an. Also, ich schaue euch jetzt seit circa einer Stunde zu und fühle mich unterhalten für die nächsten drei Tage. Hahaha, danke dafür.